boah ich muss jetzt winky winky machen hallooo idiot was hat idiot gesagt warte was musst du da unten nee warte mal kannst du ja nicht noch eins setzen ja das problem obere jetzt mal das blaue dahin erstmal das das dunkelblaue jetzt ja hinsetzen müssen egal kann ich da was hinsetzen nein kannst du nämlich nicht scheiße ist das ja was passiert eigentlich warte mal ich probier mal ganz schnell was wo hä sorry dass ich das weg gemacht hab mich hat's nicht getroffen du stirbst ja ja einfach vor allem du bist getroffen ja der kann nicht runter gehauen werden dadurch rum was passiert aha guck mal was für faggots ähm äh ich geh jetzt freiwillig da durch ja genau du musst einfach total durchmachen äh ne 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 mach ich mach du mal ähm nein sicher? ja mach einfach probier einfach mal ach wieso stell ich mich denn eigentlich wieder rauf hier wie können die dinge auch da runter boxen da? wie? da meinst du dass das klappt? klar pass mal auf warte mal ja auch falsch schon wieder falsches portal natürlich so mach mal so muss nochmal aktivieren vor allem alle ne? kannst du hin hörte mal äh mach mal das dunkelblaue irgendwo anders hin eben ja vielleicht sitzt dein dunkelblau ist einfach zu tief ne mach mal mach mal einfach nochmal durch drück mal auf ja genau kannst du das noch drunter setzen oder so? ne der einer hat gereicht sogar eben ja aber die davor ist noch einer hier ne? hier ist noch einer ja aber der schadet uns nicht mehr der hier hier wo ich vorstehe guck mal hier ja der schadet uns aber nicht mehr die sicherlich ja das problem ist ich komm da jetzt nicht weg guck der ja der macht schaden wenn ich da durchgehen würde du kannst da ganz schnell durch ein der kann nicht durch das Portal machen mach den kaputt der kann nicht durch das Portal mal äh ach weißt du wo du hinkommst? geh mal auf geh mal auf den Button oder? warte mal ne ach ne warte mal warte mal warte mal du musst irgendwie so ein Ding auffangen damit das da drauf kommt ja mach ich steh ihm doch ich steh ihm doch ich steh ihm doch ich glaub die Kugel die reicht nicht dafür ach doch die rollt aber weg ne doch nicht ja genau und jetzt kommt sie hier hin ja genau ich steh ihm doch da beim Loch rum dann die bring uns um blau faust weg du wurdest angeschossen erstmal und ihr mit Sicherheit gescheitert nein so nochmals Glückwunsch zur Bewältigung der defekten primitiven Tests ey die sind wirklich defekte Dinger da muss man ja noch von überlegen wie muss ich das jetzt machen das ist Portal ja und vor allem erstmal erstmal runterschießen und den einen da erstmal stehen lassen ja obwohl ich glaub du du hättest sogar ein Portal setzen setzen können dass die den uns nicht anschließen konnten ja hätte aber wir haben die als Ungar gekickt war glaub ich schlauer ja ich meinte der andere ja egal ja ach ja oh ja wieder ein Roboter Porno ja ja wie immer ich glaub die Folge nenne ich gleich steht da drauf die Folge nenne ich zum Abschluss doch noch ein Porno nein das darf man ja nicht was machst du denn da okay geh mal durch äh äh geht nicht du musst irgendwo was machen dass man das schmeißt da ruhig ja kann ich nicht ich muss das mal unten setzen dass du dann durch gucken kannst hat nein nein das gäbe ja ko ich muss eben noch mal drücken eh geht nicht du musst noch unten gucken aber dann stell dich da rauf ich glaub du kannst hier reinspringen hier ja ja feiner junge und jetzt kannst du dir durch geh doch komm wir gehen hier durch komm her wir kuscheln hier ja das ist die Ecke der Liebe was was geht hier ab hier kann aber bestimmt was dann schießen sollte achso aha was macht der knapp sache ist äh ähm so da wo du jetzt stehst einmal bitte äh ne ne doch 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 du musst da stehen bleiben und da wo mein rotes ist musst du was hin machen ne 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 guck mal da ist auch noch einer und jetzt guck mal ob du das gelbe äh das rote da durchleiten kannst also ja dahinter dir das zu nehmen ne ne das geht ja gar nicht ne oh doch doch pass auf ja sag wenn er dagegen springt du siehst ja ne 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 da jetzt ach der flieb ja guck mal da da ist er da ist er guck mal guck mal guck mal guck mal so schlecht sind wir ja verdammt schlecht oh nein nicht da hinten reingehen hm ich wollte schon da durch gehen wo du grad durchgegangen bist guck mal der nimmt das an wie ein saugnippel pass auf guck mal da ist er guck mal da ist er guck mal da ist er nicht jetzt kommt der netz hier ab hier 1 1 nein wir müssen ja wir müssen fliegen wieder erklär mir das feuer ja gute frage was machst du da ich war noch nicht mal da du bist voller igor wir müssen machen dass wir erstmal dadurch fliegen immer du musst da und da und da man sich nicht da und da so dafür dieses ich kann muss das ja gerade nicht machen das musst du machen wir müssen hier durchfliegen ja okay ich stürte ich über diese eine zahl musste nicht über die andere stehen und der klatschen uns gegenseitig am arsch warte 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 nie einer muss dann oder durch so jedoch kann ich und dann müssen wir musst du musst zum hinteren wir müssen dann die anderen portal hier da müssen wir auch gehen haben welches habe ich jetzt unten ach so das sehe ich jetzt auch erst warte mal muss das mal mein rot muss ich weg machen wenn ich geht rot oder gelb weg mache du musst und da ist ja du musst ein anderes was du unter dir hast musst du haben wo ich jetzt mein rotes ab wir müssen noch mal zurück nein doch doch da geht auch nicht geht auch nicht geht auch nicht warte doch mal aufpassen wenn ich mein gelbes hinsetze das werde ich ja später hier entsetzen wo jetzt ein hellblaus ist richtig das wird oder so rüber fliegen nee das bringt doch nichts ich muss doch bei muss auch zumindest eins frei habe ich habe doch beides belegt du musst da wo mein rotes ist musst du eins von deinen setzen doch gar nicht das ist nämlich das problem das geht nicht weil dann stürzen wir nämlich beide ab du musst auf jeden fall machen dass du da eins hinsetzt ja ich weiß dass ich ich gehe auf eins und dann schaffst dass du rechtzeitig da eins hinsetzt ja oder da mir egal mach eins von beiden ich muss beide ich muss beide gleichzeitig setzen ne du musst erst mal du musst eins da unten weg haben du musst deins dahin haben ich tippe mal du musst die muss da auch hinsetzen dass du da hinsetzt ja dann nimmt mir das erstmal weg so ich mach das jetzt ne du bist da drüber ja 321 tschüss und das klappt doch auch guck mal du umarmst wie guck mal wie beliebt du mich hast da durch oh man kann mir bisschen porno einlegen nein ich will dich nie umarmen ja kristen schulter der roboter vorne und mann mal spritzt ordentlich ab hier Guck mal, die lädt da eigentlich was runter. 5, 3, 3, 1, 4, 1, oder was auch noch. HTC. Meine Güte, halb eins. Ich glaube, ich spiele nichts mehr heute mehr. Glaube ich auch. Halb eins Uhr morgens, ne? Ach, nicht. Ach, nö, überhaupt nicht. Nö, 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 nö. Null Uhr, das sage ich nur so. Oh ja, Ruckenschlag. Wir haben, muss jetzt vier? Ach, mal da. Nein, wir machen vier nicht. Nö, nö. Ich springe hier mal runter. Tschüss. Wissenschaftlich-Konassionspunkt, die Minus 327. Was? Platzierte Portale, 1123. Okay, Umarmung, zwei. Drei. Du hast 8.000 Schritte mehr, ey. Ja, ich habe das auch schon Singletail gezeigt. Wissenschaftlich-Konassionspunkt in 925. Nein, tschüss. Wie gesagt, wir haben nämlich, ähm, drei Umarmungen. Hier, guck mal da. Warte. Die haben ja auch noch was. Hier hinten, wo ich bin. Okay. Das sind Speziallevel noch. Wir können, wir werden ja die Anfangslevel erstmal selber machen. Also, diese komische Tutorial oder was das da ist. Tutorial. Das habe ich schon gemacht, die ist Einzelplayer oder was meinst du? Nö, nö. Und das, was wir jetzt die ganze Zeit gemacht haben, in den Leveln. Das sind ja nochmal andere Level, die dann und kommen. Ah, okay. Deswegen machen wir erstmal das fertig. Und, ja, dann würden wir auch sagen, wir beenden dann die Aufnahme, ne? Nein. Doch. Okay, doch. Und, ja, bis zum nächsten Mal. Abonnieren nicht vergessen. Das kostet ja nichts mehr. Denn abonnieren ist kostenlos. Ciao, ciao. Tschüss. Tschüss.